Mario Fehr, wir freuen uns sehr, Sie auch als Support von Team Tibet begrüssen zu dürfen und übergeben Ihnen jetzt das offizielle Team Tibet Leibli. Vielen Dank fürs Engagement. Danke vielmals. Der offizielle Slogan von den Olympischen Spielen ist One World, One Dream. Mein Traum ist, dass Tibet als eigenständige Nation das Olympische Spiel mitmachen kann. Tibet hat es verdient und ich bin überzeugt, dass die ganze Welt Tibet unterstützt. Und dass dort der Raum Realität wird. Vielen Dank.